Peter Wood und Hedi Fahrt их pedigval писat Riss Geht heis? Ja Ich hab noch alles drin, ich hab noch nicht verloren bis jetzt Ohhh jetzt scheiße Geh wieder raus? Ja. Hab ich, hab ich, hab ich. Geh raus da rum? Ja, hab ich. Hab ich auch noch. Hab ich auch noch. Aber der Handzug ist ne feine Sache. Angenehm, ne? Ja. Noch ein Fern? Jo. Oh shit, der ist so unscharf. Ah, ich hab ihn wieder. Die Sonne hat das gestört gerade. Heiß? Jo. 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 Hab ich. Ich hoffe, man erkennt nachher, wie du die Fluglage änderst. Ich meine, ich hab jetzt relativ weit rausgezoomt. Weil ich fand es besser, wenn das Flugzeug noch drauf ist, als wenn man es ganz nicht verliert und weil man zu weit reinzoomt. Das ist immer unprofessionell. Ja. Wenn du ruhig bist, dann suche ich auch noch ein bisschen weiter rein. Aber wenn du dich hektisch bewegst, gehe ich lieber raus. So, den hab ich jetzt schön in der Nähe hier, ja. Willst du noch ein bisschen Gras mähen? Nein. Geh raus? Oh, 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 oh. Wo bist du? Ach da. Ja. Rückwärts rein? Jo. Hab ich. Ja. 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 Hab ich. Geht denn die Puster aus? Ja. Waren das fünf wieder? Zwei Minuten zufällig? Ja. So steht es hier auf der Uhr von der Kamera. Sie sagten Tschüss. Die warst dran? Ja.